Dies ist jetzt die erste fertige Apfelmus Ladung. Wir haben sie bewusst etwas stückig gelassen. Ein bisschen Zucker noch rein, ein bisschen Zitronensaft. Fertig, das war's. Frische Äpfel direkt vom Baum. Genial, der Thermix kriegt alles hin. Schon wieder ist eine Ladung Apfelmus fertig. Und das ist der andere jetzt hier. Der ist schon hier abgefüllt worden. Also wir haben noch ein paar Kilo vor uns, aber mega schnell, mega lecker. Nur einfach Äpfel vom Baum, bisschen Zucker, Zitronensaft, Ende. Ich habe aber hier bei dem noch einen kleinen Schuss Bier reingegeben. Bis zum nächsten Mal.